Ich hab schwimmen gelernt, es hat nicht geholfen An die Zahnfee geglaubt, es hat auch nicht geholfen Ich war drei Wochen saufen, es hat nicht geholfen Meine Punkband gegründet, es hat nicht geholfen Ich war Sachen einkaufen, es hat nicht geholfen In den Urlaub gefahren, hat auch nicht geholfen Ich hab Geld ausgegeben, es kam nichts wieder rein Ich hab nicht verlaufen, fand nicht wieder rein Ich frage nicht nur, was soll ich tun? Ich hab Blüten vertraut, es hat nicht geholfen Ich war Tauern vergiften, es hat nicht geholfen Ich war Schiffe versenken, hat auch nicht geholfen Ich bin Schlange gestanden, hat auch nicht geholfen Ich habe nun, ach, es hat auch nicht geholfen Und all der Kraft hat erst recht nicht geholfen Ich ging nochmal schwimmen und versank wie ein Stein Ich frage mich ständig, wie kann das sein? Ich kann's nicht verstehen, ist das das System? Ich bin Schlange gestanden, wenn du nicht geholfen hast, ist das das System? Ich bin ein Date von Ihnener